Hallo und herzlich willkommen bei WiesengaudiTV. Ich habe die Annemarie Eilfeld gerade hier im Weinzelt aufgetan. Annemarie, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut. Ich habe mich durch das ganze Verkehrschaos durchgekämpft und auch über die ganze Wiesn irgendwie, weil ich mich total verlaufen habe, wegen Blond und so, aber alles gut. Es ist dein erstes Mal auf der Wiesn. Eben nicht, das ist ja das Peinliche daran. Es ist mein viertes Mal heute hier und ich komme immer noch nicht zurecht. Peinlich. Du hast ein super, super zauberhaftes Dirndl an. Wo hast du dein Dirndl? Ja, bitteschön. Das Dirndl ist von Herzi Dirndl von Pia Bolte und das habe ich mir wirklich vor knapp ein paar Stunden ausgesucht. Es hing im Atelier, ich habe es gesehen, habe gesagt, das ist es und es hat gepasst wie für mich gemacht. Es ist quasi ein Last-Minute Dirndl, aber es sieht ganz entzöckend aus. Was ist für dich am allerwichtigsten, wenn du ein Dirndl trägst? Für mich am allerwichtigsten. Puh, also dass die Farbe stimmt und dass es halt auch modern und jung aussieht, weil ich finde halt, wenn man noch jung ist, muss man sich noch nicht wie eine olle Frau anziehen. Deswegen mach das gern so mit Glitzer und ein bisschen bunt und so. Ist komplett gelungen, würde ich mal sagen. Annemarie, wir haben gehört, du wurdest von Brommi Big Brother angefragt. Wieso hast du denn abgelehnt? Weil ich gar keine Zeit für so eine Faxen habe. Sie hat keine Zeit für Brommi Big Brother, wie kann das denn bitte sein? Ja, ich habe halt jeden Tag Auftritte und ich habe die halt auch wirklich schon bestätigt vor langer Zeit und da gibt es halt auch dann eine gewisse Vertragsstrafe, wenn man da nicht erscheint und ich mache sowas nicht. Wenn ich einen Auftritt zusage, die Fans freuen sich auch drauf, richten sich darauf ein, dann komme ich dann auch da hin und dann mache ich den Auftritt auch, weil meine Pflicht als Sängerin ist, auf der Bühne zu stehen und nicht in irgendeinem Container da Maul auf dem Pfeil zu halten. Ich muss jetzt einfach auch dich fragen, würdest du ein klitzekleines Musikstückchen für uns singen, was ganz kurz ist, irgendwas Neues von dir vielleicht? Ja, ein kurzes Musikstückchen. Vielleicht was vom neuen Album? Ja, zum Beispiel Oh, das ist ja zum Dahinschmelzen. Das ist für meinen Papa. Wie bist du denn zum Schlager gekommen? Keine Ahnung, die Tür stand offen, Schlager stand drüber und Annemarie hat reingeguckt, gesagt, oh, gefällt mir und bin reingegangen. Ungewöhnlich für junge Leute, wieso gefällt dir Schlager? Ich mag einfach total dieses ganze Miteinander so, ich finde das Feeling total toll, Kollegen und so, man versteht sich total toll auf familiärer Basis, man ist auch befreundet, man geht zum Grillen und das ist ganz anders als im Pop-Bereich. Im Pop-Bereich ist alles so ein bisschen so halt und im Schlager ist es sehr warmherzig und die Leute sind halt irgendwie, weiß nicht, es sind halt so... Bist du eine alte Kuschlerin, wenn du es gerne warmherzig magst? Ja, ich bin ein Kuschelfan. Kuscheln und Knutschen, K&K. Was macht denn die Männerwelt gerade? Ja, auf jeden Fall nicht K&K mit Annemarie. Aber egal, ich habe auch so genug Spaß. Du hast aber nicht Promi Big Brother wegen dem Herrn Pocher abgelehnt, oder? Nein, Quatsch. Also zu der Zeit, wo verhandelt wurde, war sowieso noch gar nicht klar, wer das überhaupt moderiert. Also daran lag es definitiv nicht. Bist du mit Oli Pocher so ein bisschen befreundet oder ist das so komplett, ist da gar nichts dran, auch keine Freundschaft oder hattet ihr vielleicht sogar mal was? Ich weiß nicht, ob du es mir verraten möchtest. Nein, also wir verstehen uns wirklich gut. Also wir sind miteinander befreundet, wir sind auf einer Basis, was den Humor angeht. Und das ist halt wirklich sehr lustig immer mit ihm. Was ist denn so dein Traummann im Moment? Im Moment, ja, im Moment eigentlich immer, wie immer eigentlich, also seit ich denken kann, seit ich angefangen habe an Männer zu denken, ist mein Traumtyp groß, sportlich, helle Haare. Ich meine, auf der Wiesn kann man ja immer relativ gut flirten, oder? Ich meine, wie würdest du jetzt so zu so einem Burschen in Lederhosen hingehen? Was sagst du jetzt zu dem, wenn er dir gefällt? Hallo auf jeden Fall erstmal. Hallo. Hallo ist immer ein super Türenöffner, das habe ich auch schon gelernt. Oder was auch immer super funktioniert ist, hei, aber genau so musst du es sagen. Warte, warte, mach ich das richtig? Hei, nee, hei, es muss nach oben gehen. Hei, hei, ja, genau. Also, warte nochmal, wir machen es mal zusammen. Und mit Bambi auch nach oben gucken. Hei, das ist geil, das merke ich mir. Das wirkt so ein bisschen hilflos manchmal, oder? Ja, also es funktioniert ganz gut. Vor allem, weil ich ja ohne Schuhe noch viel kleiner bin und ich muss immer hochgucken. Hallo. Hast du noch so einen anderen ultimativen Flirt-Tipp für mich? Nee, ich flirte normalerweise nicht. Ich bin eigentlich immer so jemand, der das auch nicht mitkriegt, wenn jemand mit mir flirtet. Ich check das nicht. Ich finde immer alles lustig und ich finde immer alles irgendwie cool, aber irgendwie so richtig, ich check halt keine Signale. Also, es ist schon ganz oft passiert, dass ich mich stundenlang mit jemandem unterhalten habe und dann irgendwann mein Kumpel meinte, ey, der steht voll auf dich oder der, ey, der ist voll in love mit dir. Und ich so, was? Keine Ahnung. Aber der Typ kommt dann normalerweise nicht zu dir und sagt, hi. Nee, das wäre ja auch komisch, das ist ja mein Part. Verdammt. Was sind denn so die neuesten Projekte, die noch so anstehen bei dir? Ja, auf jeden Fall habe ich für nächstes Jahr schon ganz tolle Sachen geplant. Also, es wird eine Tour geben und es wird auch Annemarie auf Hoher See geben, da freue ich mich besonders drauf. Was ist das? Eine ganz, ganz tolle Mittelmeerkreuzfahrt, wo ich als Exklusiv-Act gebucht bin und da freue ich mich ganz doll drauf. Darfst du verraten, für welche Linie? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich vergesse mal die Namen leider. Aber es ist auf jeden Fall im Oktober, auf meiner Internetseite ist alles zu finden. Und ja, ansonsten natürlich mein Album Barfuß durch Berlin nochmal fleißig promoten. Es wird nochmal, auch dazu nochmal eine kleine Tour geben. Und dann steht Weihnachten vor der Tür und dann gibt es eine Weihnachts-Single und es ist alles durchgeplant bis nächstes Jahr. Prima, Annemarie, schön, dass du bei uns warst. Ja. Einen kleinen Gruß an unsere Wiesengaudi-TV-Schauer vielleicht noch. Ja, aber gerne doch. Hiermit grüße ich, Annemarie Eilfeld, alle Wiesengaudi-TV-Zugucker und wünsche euch ein tolles Oktoberfest und noch ein wunderschönes Restjahr. Bis dann. Vielen Dank, Annemarie. Tschüss. Tschüss. Oh, oh.